Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin Level 44, ich habe es im Livestream gestern noch gezeigt. Ich habe extrem gesuchtet neben dem Hochrahn. Gut, die Sachen müssen wir leider wegschmeissen. Jeder Bababe kommt hier über, deshalb wegschmeissen. Aussprechgeschwindigkeit wegschmeissen. Gut, ich möchte euch in die Barzone begleiten, deshalb müssen wir noch umskillen. Leider sind wir erst Stufe 44, aber bald sind wir Stufe 45, das können wir auch leveln. Leer, das ist ein Deutscher, da gelbe. Gut, dann müssen wir hier umskillen und das ist, haben wir jetzt eigentlich? Nein, wir haben noch nicht. Wir haben noch nicht, wir müssen noch ein Level aushalten und dann umskillen auf. Ah, Schwert kann bleiben oder den Rache Speer. Ja, den Rache Speer eh, oder? Ach, ist doch so gemein. Ich möchte einfach jetzt ein Let's Play aufnehmen, deshalb sein Part. Deshalb hier. Achja, das nicht. Schlachtruf wieder. Verhutsamkeit. Treten. Kriegische Defensive. Ich weiß nicht, wenn ich nicht zu viel Geld habe. Donnerwetter. Fünf Sekunden, genau. Das ist so wenig. Destabilisieren, oder? Wieviel ist es dann? Reichwerte Null. Aussprichzeit sofort, okay. Das wollte ich wissen. Gut. Fataler oder Treffer? Äh, Taifun. Schon cool, so ein Ding. Hier, wir werden Taifun nicht nehmen. Das dauert zu lange. Tja. Ich frage mich, wie viel wir noch skinen können hier. Also, wir brauchen alles. Ja. Geht. Geht auch. Ich werde Sprinten nehmen. Und... Ekstase. Jetzt müssen wir schauen. Wollen wir Berserker... Ah ja. Wir brauchen überwärtigte Stärke. Das ist das Problem. Erhutsamkeit weg. Überwärtigte Stärke. Wir müssen Schaden machen. Wir können immer wieder laufen. Hinlaufen. Und hier... Mach ich das mal weg. Noch nicht so viel Stärke. Und... Mach nochmal eine bewärtigte Stärke. Berserker brauche ich nicht. Berserker ist immer nur... Ja. Und Ausweichschance weg. Genau. Stimmt. Ja. Ich muss losgehen. Keine andere Wahl. Keine andere Wahl. Okay. Treten. Schlachtruf. Blutdurst. Destabilisieren. Ekstase. Sprint. Blutdurst. Destabilisieren. Ekstase. Genau. Topsucht. 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 Muss... Hier hin. Das ist wichtig. Sprint haben wir. Ekstase haben wir. Gut. Dann haben wir wenig Buffs. Wisst ihr. Ich muss es haben. so. Okay. Hoffentlich ist was los. Sag mal Hallo. Und... Ja. Ah ja. Wo haben wir Rüstung? Ich muss schauen, ob wir eine gute Rüstung haben. Habituell mach ich halt mehrere Parts. Auf Syrtis? Ey. Ich will dorthin. Arvenges. Ja. Ach egal. Gut. Wir müssen dorthin. Ist das wirklich Eisius? Ja man. Die Bösen. Die haben nicht auf mich gewartet. Das geht gar nicht. Voll die Bobs. Naja. Es ist eh nur noch nichts für uns, weil dort immer die Starken sind. die uns danach fokussieren. Warten wir lieber. Okay. Gehen wir einfach mal zum Bind. Also. Ich möchte eben die 3 ready haben sozusagen für den Notfall. Oder nur einen einsetzen. Und das muss destabilisieren sein. Oh nein. Der Schutz. Ja. Beide müssen aktiv sein. Ja. Beide müssen eingesetzt werden. Gott. Oh Gott. Secrets sollte aktiv bleiben. Genau. Ich finde Secrets irgendwie nicht mehr so stark. Haben die das genervt? In den letzten 2-3 Jahren. Haben die das wahrscheinlich genervt. Das war eben der Hauptangriff des Barbaren. Es durften keine Äxte. Nein. Es durften keine Köln oder Sperre genutzt werden. Es mussten Kreuz. Südkreuz. Genutzt werden. Und das ist auch blöde. Tja. Ja. Warte gehen wir einfach mal dorthin. Ja wie soll ich? Bei Herb ist das ein bisschen zu böse oder? Naja. Ich weiss es nicht bitte liebe Spiele. Haha. Tut mir mal ein Gefallen und sag mir die Taktik wie man das. Kleine. Taktieren soll. Als Schütze bin ich einfach immer gefolgt und das ist ja nicht so taktisch. Okay. Und was ist jetzt? E-N-O-T-M-A-Y-U-R-E-U-N-T-A-K-A-B-A-R-E-N-V-A-R-E-N-V-A-R-E-N-V-A-R-E-R. Ich sag ihr nichts oder? Die Entwickler sagen ja die Babanen sind nichts Opi. Sie sind Opa. Also Opis. Haha. Oh Gott. Tragodean der rote Babaa. Tragodean der rote Babaa. Tadadadun. Es ist was niemand hier. Ja Puppen. Schaut euch diese Puppe an. Der leckt ja mega. Die haben wahrscheinlich selber gar keine Lecks oder so. Merken es nicht. Aber manche Leute haben bei Regnum schon extrem schlechte PCs. Kommste? Fährste? Wieso haben die immer noch? Das sei einfach. Ja das ist natürlich nicht so wichtig hier. Kannst du nicht mal etwas tun? Wer bist du? Ghouls. Ghouls. Wir kommen zu spät. Aber immerhin können wir mal irgendwo hin. Dann haben wir einen Indizpunkt. Oh Palmen und ein Schiffchen. Ein kleines Bötchen. Schaut dass niemand vom Clan online ist. Diese Suchtis. Der eine der ähm. Dragoniel. Nein der andere was. Der andere Baba. sagte mir so. Ja. Äh. Ich hol dich bald ein. Sklaven der so mega sucht. Ich bin nur ein Videomacher. Ich bin kein suchtig. Ich darf kein suchtig sein. Das darf ich nicht. Nein. Darf es nicht sein. Bitte liebe Leute. Nein. Beschuldige mich nicht. Gut. Ich hab wieder Fantasieren. Stimmt. Gut. Also legen wir los ab. Feindesland. Komm. Ja. Feindesland bist hier. Sind sicher überall Jäger hier. Und töten mich. Ich kämpfe gar nicht gegen Jäger irgendwie. Ich muss mal gegen Jäger dann kämpfen. Ich reg mich immer auf. Ah Mr. Jack. Peinlich. Ist schon wieder ein sehr schwerer. Mega peinlich. Peinliches Nubchen. Ey. Diese fette. Mega peinlich ey. Ja. Ich hab strikte Sprint zu später. Also Topsucht später eingesetzt. Aber ja. So sind die Leute. Massaker. Heh. Hilf mir mal bitte. Ey Gott oh Gott. Das ganze Spiel ist nur noch von peinlichen Spielen besetzt. Von den Sürden. Bei den Eisen kenn ich sie ja nicht. Ich schau doch nicht welcher Jäger wo ist. Aber bei den Feinden sehe ich. Ja bei den Ignis sind gar nicht viele da. Sind gar nicht viele Jäger da. Die sind wenigstens peinlich. Aber. Die. Sürden wurden so peinlich gemacht. Das ist extremst. Ständig dieses. Killen. Von Leveler und Leuten. Die einfach nichts machen. Oh. Ein Level 45er. Ein Level 44er. Jetzt muss ich unbedingt den killen. Jori. Du erledigst den bitte gell. Ich muss endlich mal ein bisschen Jäger leveln. Oh. Und jetzt ein bisschen Jäger. Andere Spieler töten mit dem Jäger. Oh. Ich kann nicht anders. Ach bitte Leute. Bitte. Seid mir nicht böse. Aber ich muss jetzt Leveler killen. Ich bin einfach ein Noob. Ein Mega Noob. So sag ich das. Genau so. Das ist genau so geprüft. Schutzbeck geprüft. Hehehe. 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 Ja da ist er schon wieder. Ach nein. Nicht anfrieren. Er tut sich schützen. Schon mal gut geschaden gemacht. Gold. Sehr schön. Wir haben ihn gerecht. Ho. Sehr schön. Hat es gelesen. Gut. Ich denke er hat es gelesen. Das muss ich einfach loben. Ich lobe immer solche Spielern, die einfach dabei sind. Sie müssen nur dabei sein, aber ich lobe immer solche Spiele. Ja, wollen wir laufen? Ich denke, ich laufe, oder? Es sind so viele Spiele und... Ja, jetzt geht es alles ab. Auf das Pferd. Gut. Also, danke, Jori. Du bist bei Chus, das wird wahrscheinlich schon in Spanien. Kann auch sein, dass du Deutscher bist, aber gut. Immerhin einer der Nichten. Hallo, du musst ausweichen. Was machst du jetzt? Gut. Der Baum ist im Weg. Wir haben dem so etwas gezeigt, er hat wahrscheinlich ein Königleis... Oh, da ist er wieder. Ist er schon tot? Ach, toll. Weisst du? Nein, töte mich! Hey, jetzt greifen zwei mich an! Das ist unfair. Ach, komm, hey. Dieser Noob! Ein Mega-Noob! Der bekommt so wenig über. Ich weiss gar nicht, wie Level 60 auf Level 44 Dinge bekommen. Aber er ist ja mega-Noobig. Und der andere ist sofort tot! Was ist denn los mit dem? Was ist denn los mit dem? Oder ist das sofort verwundet? Oh, je. Das wird ja nichts mit diesem Jack. Das ist voll der grösste Noob. Ist da jemand? Das ist ein Leveler, hm? Willi Tell, kannst du mich mal ein bisschen begleiten? Ah, da ist er jetzt irgendwie. Ah, ich hab' uns. Gut. Ha! Seht ihr? Ich kann... Mit den Barbaren kann ich mega-gut spielen. Das muss ich einfach sagen. Ne, warte. Ich bin so geübt. Mit den anderen bin ich einfach nicht geübt. Haha, ich bin der Schnellere. Haha, ich bin der Schnellere. Ha! Wir hatten getötet. Alleris. Ich hab' keinen Schaden gemacht. Ich hab' Lust tot. Ich konnte irgendwie keinen Schaden machen. Vielleicht konnte ich ihn nicht treffen, aber... Gut. Immerhin hab' ich die EP bekommen. Ja, eventuell hab' ich schon einen Schaden bekommen. Ding. Also, so können wir gut leben. Wir bekommen über 800. Wie viel hab' ich beim anderen gemacht? Mr. Jack ist wieder hinter oben. 500. Aber immerhin. Aua! Mein Fuss tut weh. Ich hab' mich zu verkrampft vorher im Kampf. Mago. Thanks. Mago. Was ist Mago? Magier. Der andere Jäger töten. Das ist ein... Ich glaub' das ist sogar ein... Nein, das ist ein Jäger. Ja. Stimmt. Da ist der Mr. Jack wieder. Jetzt höre ich ihn wieder. Ich räche mich wieder. Das tue mich nicht immer, Ding. Ich werde dich killen. Du hast keine Chance. Hey, helft mir doch. Hilf du mir. Hilf mir. Da greift noch einer an. Hey, das schützt sich ständig. Wie viele greifen hier an? Hey Leute, hilf mir doch mal. Es sind nur zwei hier. Nicht normal. Ihr müsst mir doch helfen, irgendwie. Ich muss doch aggressiv spielen. Ich finde das einfach unfair, so viele Jäger. Ständig nur immer Jäger. Was ist denn los mit... Hey, wisst ihr was? Ich tue jetzt den Zürtenschutz unterschreiben. Also den Schutz gegen Zürten unterschreiben. Das geht gar nicht. Die dürfen keine Jäger mehr einsetzen. Ich werde jetzt die ganze Zeit diese Jäger töten, wenn ich dann besser will. Werden extra immer wieder Patrouillen machen im Livestream. Und auch nicht im Livestream werde ich auch immer wieder Patrouillen machen. Ich werde die töten. Jeder Spieler von all das tut sich bereit halten. Dann muss diese Jäger mal richtig eins zeigen. Schade, die sind noch ein Level entfernt. Oder zwei. So ein Mist. Dieser Jack, der ist einfach mega gut schon. Wir müssen mit deinem vorsichtig sein. Der größte Noob, der größte Noob der Welt. Ich werde dich jetzt mal denken, ich glaube, du bist Deutscher, aber ich werde dich jetzt mal ein bisschen plagen. Ich werde die ganze Community von Deutschland auf dich hetzen. Toll, weißt du, jetzt haben wir keinen mehr. Jetzt kommt der sicher wieder schon wieder. Müsst du schauen. Der ist gestorben jetzt. Pettigree ist hier. Pettigree. Was? Pettigree. Nein, Pettigree. Gut. Er schützt mich. Er ist schwerer als noch nicht. Level 60. Ich denke, er ist Level 55 oder so. Aber er ist nur... Ritzer, sieht man da. Schade. Hä? Doch ein Schade. Das würde so ein Bogen sein im Schild drin. Das ist so winzig bei ihm. Er hat auch winzige... Was macht ihr? Habt ihr keine gute Latenz oder was? Das ist ja heftigst. Ich sehe das immer irgendwie komisch. Auch bei GTA Online, wenn Pauli spielt. Syntax. Pettigree. Pettigree und der Futter. Die lecken irgendwie alle? Was ist denn los mit denen? Haben die alle schlechte Verbindung? Oder liegt es einfach an der Entfernung oder so? Das kann das sein. Ich weiß es jetzt nicht. Ich kenne mich mit dem Internet nicht so gut aus. Ich höre immer irgendwas. Aber... Ja. Meistens irgendwie... Ja, etwas Doofes von... Blick.ch oder so. Schaut mal unsere Drachen. Ist das nicht der schönste? Ich finde den schönsten. Saphira. Saphira ist das. Unser heisst Alator irgendwie, glaube ich, oder? Alator ist das. Unser. Also es gibt ein Alator, aber ist das... Entweder ein Dungeon oder... Ein solcher, doch. Aber ich glaube, es ist Alator. Was machst denn du? Spiel doch mal normal. Da drüben sind Leute am Kämpfen. Können die nicht errauben, oder wie? Du bist irgendwie... Ah, Isländer. FTI. Die FTP. Blöde Geister. Die sind natürlich... Ah, die Roten greifen an. So. Folgen einfach denen. Okay, gut. Hier sind sie. Wir erledigen alle. Gemeinsam erledigen wir sie. Wenn die Stunt greifen, greife ich an. Aber immer dieses Hidden Run, das nervt. Können die nicht besser kriegen. Können die nicht besser kriegen. Nicht töten. Nein! Ich wollte einen Schlag machen. Master Jack. Wo ist Master Jack? Ah, das ist nur von vorher. Hey, das sind einfach zu gute. Das sind zu gute Spiele. Man, oh, ich wollte doch Schlag... Ah ja, wir haben ihn noch nicht runter. Hey, ich habe Schlag versetzt und nichts bekommen. Böse. Ich mache so viele Schaden. Bekomme nichts. Gut. Ich mache ja mega viel Schaden. Ja, toll. Weisst du? Regt auf. Was macht denn ihr? Seht die Truppen und haut einfach sofort ab. Ohne nicht mal ein bisschen kriegeln. Die haben alle Angst um... 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 Ding. Ich lasse den. Der ist sowieso schon tot. Der ist sofort tot, wenn er... so überrascht wird. Schaut mal. Es ist alles kaputt in diesem Spiel. Ja. Hey, ich habe den Wecker ausgemacht. Regt auf. Wecker des Todes. Gut. Ich muss kurz gehen. Jetzt. Tschüss. Bis gleich. Ach, diese Scheiss von uns immer. Ich habe den Wecker ausgemacht. Also, ich hatte den Wecker schon ausgemacht. Das steht sogar. Aha, gut. Gehen wir rein. Oh, diese Suchtis. Mega Suchtis. Wo schreiben denn die die ganze Zeit? Wo schreiben denn die die ganze Zeit? Vielleicht mal buffen. Vielleicht mal buffen. Gib mir auch mal ein bisschen ab. Bitte. Ihr müsst Spiele töten. Spiele müsst ihr töten. Gut. Ich bekomme nichts ab. Was ist denn los? Ich bekomme nichts ab. Ich will abbekommen. EP. Nur EP. Pfeifen. Ja, genau. Den Beschi mal töten. Wo ist der Beschi? Es steckt auch irgendwo hier drin fest. Schade. Jetzt haben wir den verloren. Aber man kann nichts machen. Aber wir sind manchmal einfach zu süchtig nach Schützen. Gut. Dann, ähm, besiege ich mich mal. Hey, ich habe einen Schaden noch bekommen. Sprecher. Ich habe es aber überlebt. Ich überlebe es. Ich überlebe es. Wie geht denn das? Ich dachte, man stirbt immer, wenn man vom Torsch herunterfällt. Ah, das kommt dann. Ich gehe einfach rein ins Portal. Geht wahrscheinlich nicht. Ah, Noob. Der verfolgt mich. Ah, das ist eine von mir. Nein. Okay. Soll nur kommen. Ja, toll. Er darf. Er darf natürlich. Hey, ich will. Nein, lass. Ey, ich bin gehüpft. Noch genervt. Ich habe aber. Hey, ich habe noch. Yes. Ich habe eine Belohnung bekommen. Ja, schau mal. Die sind selbstsüchtig. Gut. Ah, die Spiele sind einfach broken in diesem Game-Up. Kann man nichts machen. Vor allem die Syrtenheit. Naja. Wir werden stärker. Und dann werden wir reinhauen. So richtig fit reinhauen. Ich liebe es. Bis denen. Tschüss. 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 Vielen Dank.